Kanal K präsentiert K.Kanapé, die radiophone Erlebnissendung, jeden Mittwochabend zwischen 9 und 10. No's No's, Morbus-Tag mit Pedro Lenz. Pedro Lenz, seine Kolumnen und Geschichten sind beliebt. Heute schauen wir aber über den Bücherrand aus, rollen seine Vergangenheit als Maurer auf und reden über sein fussballerisches Talent. Packen ihn dann bei seinen Lärmgeschichten am Vödelin und landen so bei den aktuellen Projekten von Pedro Lenz. Der Morbus-Tag, heute Abend am 9. K.Kanapé, die radiophone Erlebnissendung, jeden Mittwochabend zwischen 9 und 10. Haha, finde ich gut. Das finde ich richtig gut.